Musik Ja, das sind Lärchen. Wir sind alle zusammen auch Europameister geworden mit der U20, deswegen gibt es vielleicht diese kleine Rivalität aufgrund dieser Schalke-Dortmund-Sache, aber die ist eher im Spaß gemeint und so, dass wir uns alle gut verstehen. Ach, Jungs, ich habe meinen Fax-Pacer. Haha! Ah! Schiri! Faul! Ah! Rotkehlchen! Ich habe mich gefreut auf die Tage hier, erstens Südafrika, erst Kapstadt, einfach wirklich toll. Wir haben ein schönes Wetter hier. Gibt es nicht wirklich Richtigeres als Fußball im Leben? Haha, ich bin so behindert. Was hast du denn? Applaus Wuhuuu!